Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us und dem Beagle. Wir sind hier. In Pittsburgh. Oh Gott. Iiiiih. Ich glaub nicht, dass die infiziert waren. Ich glaub's auch nicht. Mir egal. Wir müssen weiter. Mhm. Die Playstation-Statistik hat einen heftigen Fehler. Okay, da ist die Brücke. Mhm. Ich denk mal nicht, dass The Last of Us bei mir in der Spiel-Statistik mir zählen wird. Wie wär's, wenn ich vorgehe und dann nicht so laut. Ich habe 50 Zusätze. Sehr gut. Wie lang können Sie uns noch beschützen? Ich pfeife! Du pfeifst! Oh gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Das haben sie uns angetan. Oh, das ist Wahnsinn! Ist okay, Ellie. Ähm, ja. Ja, ich hab hier drinstehen, dass mein letztes Spiel, das ich gespielt hab, Senua's Sacrifice ist. War. De facto stimmt das nicht. Das würde Ellie gefallen. Savage Starlight Fan. Denn ich spiel ja gerade ganz offensichtlich The Last of Us. Naja. Mal sehen, wann sie das gefixt bekommen. Aber das wird nächstes Jahr meine Statistik ein bisschen verfälschen. Aber das macht nichts. Ich hab so viel gespielt, das gleicht aus, dass ich letztes Jahr nur 90 Stunden hatte. Was war das? Ich weiß nicht. Ellie, Deckung! Ellie, runter! Oh, Kacke! Ich hab nichts getroffen. Ich treff dich gleich. Oh, du bist ja echt sauer. Wenn du Nachhilfe brauchst, helf ich dir gerne damit. Ist das so? Lass mich in Ruhe. Kacke. Wo sind sie denn? Die sollten hier sein. Wer denn? Sie sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie eindringen. Warum sehe ich die nicht? Ah, wartet mal. Das ist eine Goldmine. Goldluchtsfelsen. Okay. Vielleicht können wir etwas blindern, während wir warten. Das ist gut, ne? Jetzt nichts. Gehen wir weiter. Kacke, 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 kacke. Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Kacke. Stoppt ihn! Das Auto! Nein, Arschloch! Nein, 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 nein. Seid ihr denn irre? Ah. Joel? Was sind das für Leute? Aua! Sommer! Ich war kurz vor dem Kopfschuss. Naja. Es war aber auch doof. Ich dachte, ich bin gut positioniert. Mann, leck mich. Du weißt du was? Ich treff dich gleich. Ich rate mal. Wenn du nachher... Achts! Was? Wo kommen die denn her? Das sind voll viele jetzt. Toll. Verdammt. Ich hab's auch gehört. Ja, aber ihr geht nicht da hin. Das ist das Problem. Boah, das ist schlecht. Die sind alle sehr dicht beieinander. Was gefunden? Nein, alles okay. Aber man weiß, was ich heute probieren könnte. Was gesehen? Hey, siehst du das? Nein. Was ist da? Hey! Mann! Aber... Nein, ich muss zurück. Ich gebe Deckung. Na, alles gut. Ich hab leider kein Scharfschutzgefährderin. Nein, das wirst du nicht. Sag mal, du hast jetzt nicht ernsthaft zuerst geschossen und deswegen lebst du noch. So, das wollte ich nämlich. Wo sind die alle? Da ist einer. Nein, ach komm. Oh, komm schon. Das ist doch unfair. Ich seh die halt alle nicht so gut, weil die da alle bei den Autos sind. Da ist er! Bei den Autos! Du bist ausgewichen, du Arsch! Was ist das im Kotzen? Das lief nicht so gut. Joel, da! Das ist okay. Wo da? Ist er da drüben? Weiß ich nicht. Hier ist der Licht! Alles sehr ungünstig hier. Bewegen wir uns jetzt alle nicht mehr? Okay, ich brauche Deckung! Nein, brauchst du nicht. Ach, da hier. Ach, da hier. Wo links? Wo links? Hier links? Da links! Wo links? Hier links? Dieses links? Es wird schon wieder nichts... Scheiße, Joel! Scheiße, Joel! Würde Ellie so sagen. Irgendwo hier ist noch einer. Den habe ich nicht erwischt, weil der von links kam. Kacke, Mann! Weiß ich nicht. Hier ist der nicht! Was seid ihr denn? Ich habe ein Auto da. Komm, nee! Die Waffe wackelt so sehr. Das ist der Wahnsinn. Er hat eine Autotür getroffen. Herzlichen Glückwunsch. Greif seine Flanke an! Ich habe keine Flanke, ihr Penner. Das hat ihm nichts gemacht. Wenn die nicht so schwanken würde, verfluchte Kacke, nochmal! Aua! Au! Ich kann das! Auf! Du! Hey, Mann! Mach keinen Scheiß, okay? Er hat mich ziemlich viel Medikids gekostet. Also lasse ich keinen von euch am Leben. Oh je! Oh je! Okay, ich habe Essen gefunden. Auf dem Dreck habe ich Essen gefunden. Ein Hoch auf Dreck. Dreck reinigt bekanntlich den Magen. Hier muss doch aber noch irgendwas sein. Sag mal, habe ich die, äh... Oh! Hat er mir auch nicht angenommen gehabt. Naja dann. Nehme ich... Nehme ich... Ähm... Ähm... Sonst ist hier gar nichts? Mann! Ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Ich bin ziemlich gut ausgerüstet. Ellie! Ellie? Wo bist du denn? Ellie Maus! Dude, was ist falsch mit dir? Hm, man weiß es nicht genau. Man munkelt noch. Hey, Ellie! Wollen wir Witzebuch? Witzebuch? Witzbuch? Witzbuch? Kein Witzebuch? Haben sie es einfach rausgemacht? Oh, da ist eine Hand. Ellie! Hä? Wo ist sie denn jetzt hin? Ellie? Okay, machen wir etwas Stimmung. Aber klar. Ja. Eine. Schmeckt komisch. Was ist das? Ein Witzebuch. Witze und Wortspiele Band 2. Von Will Livingston. Juhu. Gehen wir weiter. Du läufst durch den Wald und siehst einen Pilz. Was tust du? Ich hab keine Ahnung. Austrinken. Warum steht das Pilz im Wald? Weil, äh... Tannenzapfen. Der war so flach. Was sagt man über einen verstorbenen Spanner? Der ist weg vom Fenster. Spielt ein einarmiger Karten, ist das Mission Impossible? Oh nein. Das war falsch, warte. Ich lese nochmal. Ich lieb. Spielt ein einarmiger Karten, ist das Mission Impossible? Ach, ich hab's versaut. Wie heißt die offizielle Weltmeisterschaft der Exhibitionisten? Crenge Open. Das ist furchtbar. Selber furchtbar. Verstehst du überhaupt, was das heißt? Nein. Aber egal. Ich find's toll. Mehr hab ich nicht. Doch, du hast noch ganz viel mehr. Aber später. Zagabum. Stop feeding us. Wir schaffen das. Wow, wie selten. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Was ist das? Oh! Zollstuf 2. Das hätte ich jetzt auch locker verpassen können, ne? Gebt uns Lebensmittel. Wir haben Troy Hill an das übelste Gesillen verloren, das hier eine Waffe in der Hand hatte. Aber die Schweine sind schlau. Sie haben einen unserer Granatwerfer gestohlen. Wir hatten keine Chance. Zusammen mit Strip District genommen, kontrollieren sie jetzt den ganzen Fluss. Für den schwierigen Rückzug ist fast nur noch die Hälfte unseres Trupps übrig. Ich bete zu Gott, dass Jeremy und Pam noch leben. Sie sind auf der anderen Seite des Flusses stecken geblieben. Ja, nun. Wie wir auch schon in Teil 2 von The Last of Us festgestellt... Oder wie wir noch feststellen werden. Soweit sind wir ja noch nicht. Ähm, wenn sich mal jemand sowas vorgenommen hat und da wirklich korrupt Schweine, ähm, so richtig gegen die Federas ist, da kann schon viel Scheiße bei rumkommen. Seattle ist ja genauso von den Wolves überrannt worden. Ihr sterbt, bevor wir verhungern. Na gut. Das mag wohl so sein. Ich auch, aber ich seh sie nicht. Sei einfach leise, solange wir noch hier sind. Okay? Wir haben die ganze Nacht Eindringlinge gejagt. Oh ja, da hast du mitgemacht? Hab davon gehört. Ja, das eine Mädel wollte einfach nicht aufgeben. Sie hatte echt verdammt viel Energie. Es hat ein paar Minuten gedauert, die anderen zu erleben. Die sind fünf Stunden, um sie zu erwischen. Mann, manchmal muss man sich recht verdienen. Ja, ja, wir wollten gerade aufgeben. Das hat besser geklappt, als ich es erwartet habe. Gleich zwei Stück. Die beiden kommen angerannt, kein Thema. Der rennt, wer weiß wohin. Oh, das ist schlecht. Nein, er dreht sich um und geht. Nein, 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 nein. Scheiße, 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 scheiße. Nein, du siehst nichts. Du siehst nichts, du siehst nichts. Aber... Nein. Pass auf. Du gehst nirgendwo ran, du gehst nirgendwo ran. Oh Gott, jetzt habe ich einen Schreck gekriegt, aber er ist ja noch da drin. Er hat eine Waffe! Nein, 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 Papa! Mir gehen Kopf zu schlagen, ist ziemlich frech. Pass auf! Nein, 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 nein! Ach, 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 ach! Uff. Ich brauche Deckung! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Nein, 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 hast du nicht... Ach! Alter, wenn ich den Scheiß überleben sollte, ne? Das ist eine beschissene Stelle hier! Aua! Okay. Der müsste noch draußen sein, der eine Dude. Ich brauche Deckung! Drücke vor! Mach das, mach das! Das ist noch so viel Lut. Ah! Nein! Nein! Verdammt! Was ist denn los? Okay, das war eine Scheiß-Idee. Eigentlich war das gar keine Scheiß-Idee. Hätte ich alle drei erwischt, wäre das cool gewesen. Dann hätte man damit fein gehen können. Jetzt habe ich alle drei erwischt. Ich brauche Deckung. Ich gehe ran! Ich werde dich verlieren. Gut denn. Ich war bei den Regalen, jetzt nicht mehr. Nimm doch! Nimm doch! Joel! Joel! Das ist gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich die aber auch verloren. Naja. Ich finde sie schon wieder. Ich weiß, ich weiß, ich könnte jetzt einfach nach oben gehen und gut ist, aber ich will die schon gecleanet haben. Wo sind die denn jetzt? Suchen die mich immer noch da so vor Ort und Stelle oder wie ist das? Man hört die auch gar nicht. Eine schlaue KI, das ist doch, das ist doch furchtbar. Also allein dafür hat es sich ja schon gelohnt, hier in die Ecke zu gehen. Und da ist einer. Oh, 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 oh. So kann er mich sehen. Scheiße. Die sind alle draußen. Warum sind die denn draußen? Ja, wenn ihr draußen seid, bleib ich weiter drin. Und jetzt wieder runter. Joel ist aber auch wie so ein Trampeltier, wenn er losrennt. Na ja. Weil ich will loot haben. Alles loot, was ich bekommen kann. Alles loot. Alles, alles, alles. Wir sind kleine Dieben. Stibitz da, Alstar. So. Hier hochgehen. Ich weiß, ich müsste jetzt ein bisschen lautloser vorgehen. Da ist einer. Hab jetzt gar nicht geguckt. Da ist einer. Oh Gott. Ich muss doch wieder hierbleiben. Molly, machst du die Geräusche? Nein, mein Timer macht die Geräusche. Okay. Wow, wow, wow. Dude, komm her. Na? Oh mein Gott. Ach, so schlimm war das nicht, kleine Maus. Wo ist der andere? Hier könnte noch so viel geiler Loot sein. Ist der runtergegangen? Nein, bin ich gar nicht. Ah, kacke. Ich bin am Ausgang. Hier wollte ich gar nicht hin. Nein, nein. Nein. Ah. Jetzt halt die Fresse. Oh ja, komm ruhig her, du Arsch. Ich hab genug Schrot für alle. Au. Oh, Joel, das ist dumm. Warum überlebt er das? Okay, los. Macht überhaupt keinen Sinn. Oh, ich hab kein Tuch. Toll. Ah, gleich hier. Aber was denn? Von wo? Aua. Ich konnte kontern? Warum konnte ich kontern? Okay, ich mach hier einen Cut rein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag. Und haut rein. Ich bin ich wunderbar überlebt. Ich bin im S phil. Ich bin dran. Ich bin wand.